hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe heute zwei bestellungen von kreativ depot für euch ich hatte da einmal bestellt als sie einen so eine art her schluss verkauf oder so hatten also sie haben halt ausgemistet und einiges günstig rausgehauen da habe ich ein paar sachen ergattert moment ist knister kurz nicht so gut vorbereitet ich hätte das noch mal auspacken müssen wenn sie verpacken das ja man diesen wunderschönen herz hütchen bestellungen sorry zum einen das hat jetzt aber zum ganz regulären preis gekauft das wollte ich unbedingt haben ein stempel set von tree bird mit diesen schweinchen mehr glück steht jetzt hier aber ich finde die auch so total putzig gerade hier so zum neujahr irgendwie mit dem kleeblatt und dem hütchen oder auch der hier der pilz fand ich sehr cool wollte ich unbedingt noch haben das nennt sich schweine glück das set und hat gekostet 13 95 ja super toll ich mag die stempel von denen und weshalb ich eigentlich gestöbert habe es waren ziemlicher krampf die seite war aufgrund des rabatts so überlastet dass man ewigkeiten gebraucht hat überhaupt die seiten zu laden und was zu kaufen ich habe es dann an dem abend als der sale losging aufgegeben und am nächsten morgen bestellt da war es irgendwie etwas entspannter ich hole das erstmal alles raus hier es gab nämlich einen super mega rabatt auf einige artikel zum einen habe ich jetzt hier von den alkohol inks einige gekauft da hat jetzt einer 225 gekostet damals ein bisschen geschaut was mir farblich fehlten das waren auf jeden fall so ja braun beige töne in die richtung einmal hier die farbe latte dann habe ich butterscotch geholt die sind auch nicht alle für mich ein paar sind schon wieder für den adventskalender für die liebe susanne da habe ich geschaut was ihr an farben fehlt dann karamell ist auch ein braun ton espresso ist ein dunkleres braun einfach dass man da farblich mal gut aufgestellt ist dann hier rust also so ein rot braun ton würde ich sagen rost farbe dann current das ist so ein verfälscht irgendwie die farbe ja wie ein dunkles lila fast so aubergine mäßig oder so würde ich sagen von einer farbe farbe clover ist ein grünton so ins türkis fast und ein dunkleres grün bottle je 225 also fand ich ein mega preis deswegen habe ich da mal ein paar farben aufgestockt und was auf jeden fall noch mit musste war hier ein glitter embossing pulver von nouveau glimmering green das ist auch für die liebe susanne sie liebt diese embossing pulver und das ist auch eine farbe die sie noch nicht hatte oder eine relativ neue farbe hat auch 225 gekostet ich glaube die kosten ja sonst auch um die fünf euro oder so würde ich behaupten also ist schon echt ein mega schnapper gewesen den ich da gemacht habe es gab noch ein paar andere farben aber da war ich dann teilweise zu spät weil die am nächsten morgen schon weg waren es gab zum teil auch spektrum noir gab es und copics aber ich dann bestellen konnte und durch kam auf der seite waren die besten sachen leider leider schon weg und ausverkauft dann gab es wieder ich muss das mal von der rechnung abfummeln gibt es ja immer so ein kleines goodie finde ich immer ganz süß vielen dank in so einem kleinen tütchen da sind wieder zwei so stern perlen drin und der spruch tanzt das leben ja auch sehr süß kleine goodie dazu das war dann die erste bestellung an die seite und dann habe ich noch mal bestellt weil ich auf instagram bei einigen eine vorschau gesehen hatte und die schon total süß fand hier ist das gut die zwei herz perlchen und so ein kringel stempel sind kleiner mal kein spruch bisher hatte ich nur sprüche so mal gucken dass ich euch die preise nennen kann auch wieder in so einer wunderschönen tüte verpackt ich gebe die auch immer auf und verwende die weiter um geschenke oder kleine sachen einzupacken die echt schön sind schön groß ja ich kam nicht dran vorbei es ist ein großes a5 set es gab noch ein zweites aber dieses hier gefiel mir tatsächlich besser das nennt sich jetzt wo steht das mein valentinshase thema valentinstag ich weiß nicht ob ich es noch schaffe dafür zu basteln wenn ihr das video seht das valentinstag wahrscheinlich eh schon rum aber ihr schaut doch mal sind die nicht goldig diese zuckersüßen hasen oder auch die zwei die sich mit den ohren so zusammentun das kleine häschen hier der mit dem herzen ist auch total toll oder hier der mit der post das kann man auch sehr individuell nutzen ich finde dass es nicht nur für valentinstag oder auch hier zum beispiel für ostern verwenden total süß und die zwei die hier auf ihrem moped da durch die gegend düsen aber das ist so niedlich das andere war zwar auch schön aber das war so da waren sie in einem café haben auf so einem bistro stühlen gesessen am tisch und so also war schon auch schön aber da die großen sets relativ teuer sind 21 95 habe ich mich jetzt für dieses entschieden und ja musste einfach sein die häschen sind einfach süß man kann sie für andere zwecke nehmen hier wenn man post versendet das geht zum beispiel zum muttertag vielleicht sogar auch die sind sehr neutral die kann man für vieles neben auch für ostern denke ich mal also ja mir gefiel es einfach und da ich dazu auch noch ein paar hübsche sprüche wollte habe ich mich noch für das set mein valentinshase schrift hier steht es sieht man das blendet gerade ein bisschen mein valentinshase schrift entschieden du und ich gleich wir finde ich auch sehr schön mitten ins herz kann man natürlich auch für andere zwecke nehmen hier zum zum baby gratulieren beispielsweise valentinshase für meinen kann man stempeln und valentinshasen du bist an 365 tagen mein lieblingsmensch das finde ich sehr schön ich denke an dich ist auch sehr neutral kann man immer nehmen und zum valentinstag also es ist auch vielseitig man kann es neutral verwenden lieblingsmensch valentinstag mitten ins herz zur geburt beispielsweise du und ich gleich wir vielleicht sogar hochzeit also da gibt es ein paar anlässe wo man es noch verwenden kann außer valentinstag und ich fand es einfach schön es ist eine schöne schriftart auch mal ein bisschen was anderes als immer so geschnörkelt ist und ich fand super passend auch zu dem set jetzt hier die hasen kann man natürlich auch nehmen zum zum baby gratulieren seht ihr da kommen mir gleich die nächsten ideen das hat jetzt gekostet 10 euro und 95 ja das soweit von kreativdepot wie gesagt jetzt habe ich den shop erstmal für mich entdeckt und wird sicherlich nicht das letzte gewesen sein was ich dort bestellt habe da kommen sicherlich in zukunft noch schöne sachen raus oder ich habe wieder einen anlass wo ich noch irgendwelche sprüche brauche dass ich mir da was hole kann ich sehr empfehlen geht auch relativ flott es gibt immer gut die dazu ist es super schön verpackt also wirklich ein top shop falls ihr die noch nicht kennt könnt ihr da gerne mal nachschauen also ihr lieben dann macht's gut und bis zum nächsten video tschüss